Herzlichen Glückwunsch zum Legal Tech CoLab. Als digitalaffiner Jurist hüpft mein Herz. Endlich werden die großen Vorteile und Chancen, die smarte IT-Lösungen, leicht zugängliche Plattformen und Prozessoptimierung bieten, auch in der Justiz, im Rechtswesen genutzt. So selbstverständlich uns das heute erscheint, so schwierig war der Weg dorthin. Vor genau 18 Jahren wurde das erste Justizmodernisierungsgesetz vom Bundestag beschlossen. Damals war IT-Justice noch ein Fremdwort. Inzwischen hat sich das geändert, wozu auch die Denkfabrik Legal Tech von Justizminister Eisenreich viel beigetragen hat. Gleichwohl, die Beharrungskräfte im Recht sind groß. Legal Tech ist buchstäblich anspruchsvoll. Der berühmte Netzphilosoph Raphael Capurro hat das einmal so formuliert. Die Innovation, das Neue, ist eine Anomalie gegenüber dem Alten. Eine Anomalie widerspricht dem Alten, dem Bisherigen und wirkt wie ein Fehler. Daher kommt auch das Problem der Innovation, dass sie sich gegen den Bewerten erst einmal durchsetzen muss. Genau bei dieser Durchsetzung möchte ich in meiner Funktion als akademischer Direktor des Legal Tech Co-Labs unterstützen. Mit meinem Erfahrungsschatz aus mehr als 25 Jahren Digitalrechtsforschung, aber besonders mit der Verbindung von Forschung, Lehre und IT-Praxis. Legal Tech wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir die Befindlichkeiten der Rechtspraxis und die Besonderheiten rechtsstaatlicher Verfahren ausreichend berücksichtigen. Und selbstverständlich auch die großartige Legal Tech Community mit all ihren Expertinnen. Wir werden die Legal Tech Expedition an der TU München, an der seit zwei Jahren Studierende von über zehn Studiengängen zusammenkommen, weiter ausbauen. Es gibt noch viel zu entdecken. Mein Team und ich freuen uns sehr auf das Legal Tech Co-Lab.